Heyo Freunde, willkommen zu einem kurzen Video und zwar, ihr seid es jetzt zwar nicht so wirklich gewöhnt, dass ich halt irgendwie vor der Kamera jetzt stehe und einfach irgendwie was labere, auf jeden Fall heute Leute, es ist ein besonderes kurzes Infovideo, ihr merkt ja wahrscheinlich schon, ich bringe normalerweise alle zwei Tage ein Video und das kommt jetzt einfach mitten in der Reihe, auf jeden Fall, Vince kommt jetzt heute Abend, halt wenn ihr das Video wahrscheinlich seht, zu mir mit Juko zusammen und wir dachten uns, yo ey, wenn Vince schon mal bei mir ist, wir können ja eigentlich schon 24 Stunden Stream oder so machen, deswegen, ich würde sagen, wir machen das so, es wird 12 Stunden geben bei 500 Likes, Leute, haut einfach einen fetzigen Daumen nach oben da, raus bei diesem Video jetzt gerade, dann machen wir einen 12 Stunden Stream am Freitag um 15.30 Uhr und, wenn ihr wirklich richtig krass draufhaut, übrigens, ich habe ein neues Mikrofon an der Kamera mittlerweile, äh, das rolle Mikrofon, ich hoffe, das ist jetzt besser und das ist echt schwer, alles immer zu halten, auf jeden Fall, wenn ihr richtig krass reinhaut, dann beim Stream auch, keine Ahnung, dann machen wir 24 Stunden, Leute, es wird wieder halten, denke ich mal, einfach nur krass, deswegen Leute, haut ein Like drauf, dann machen wir das und zeigt ihr uns einfach so, dass, äh, ja, ihr das wollt und so und deswegen würde ich sagen, das war schon mit diesem kurzen Infovideo, gleich, äh, jetzt geht's für mich ein Livestream, ihr habt ihr dann schon gesehen, deswegen, äh, ja, haut da rein, bis dann, bis morgen, 18 Uhr neues Video und 15.30 Livestream, ich bin raus für heute, ciao, ciao!